Willkommen zurück zu Banner Sky 3 im Together Run mit Bannerz, Sören und Fabi wiederher natürlich. Hi, hier ist er. Zur Folge haben wir hier die Goblins im Inneren alle gekillt und jo. Drei Gold, huiuiuiuiui. Ist ja reich, ey. Ja. Oh, Kollaps Korridor. Ist hier ein Geheim-Einausgang. Wir sollen uns theoretisch auch teleportieren. Können die auch noch... Können auch noch die draußen alle. Äh, der läuft Abdirak übrigens grad einfach aus der Tür. Ciao Abdirak. Wer ist Abdirak? Der komische irre Priester, über den wir nie gesprochen haben. Oh. Ist das nicht mal der Staatschef von Frankreich? Der läuft da einfach raus so... Ach, alle Tode, dann geh ich jetzt mal schon. Ach ne, das hat doch nichts mehr zu tun. Ne. Corona-Kiste. Der wollte mich im Singleplayer auf seine Streckbank... schnallen und mir was tolles zeigen, hat er gemeint. Das hab ich... Das war ne Armmache. Darauf bin ich nicht... Ja, wahrscheinlich wirklich. Darauf bin ich aber nicht eingegangen. Der wollte irgendwie... komische... Foltermethoden an mir austesten. Okay, ich... Okay... Collapse Corridor. Klick mal einfach an. Schau dich mal auf. Ah ja. Hello from the... Ah, cool! Nein! Meine Kamera war grad in die Wand gebugged. Geil. Bugged. Hallo. Gut. Porten wir ins Lager? Porten wir jetzt im Hain? Was haben wir vor? Entweder wir machen den Long-Ref... oder wir gehen ins Lager. Wir gehen erstmal, würde ich sagen, zu denen... Hallo sagen nicht, dass die dann irgendeinen Quatsch machen, wie wir im Lager sind, oder? Also erstmal zu... Hall 7. Das war Overgone Wounds, ne? Umgebung des Markthalents auf Deutsch, ja. Irgendeinen Typen muss ich immer unseren ganzen Müll verkaufen. In meine wertvolle, erbeuterte Ressourcen. Ja. Das war der Falsche, äh, das war... Äh, ja. Warte Leute. Ich weiß auch, wie ich wieder... Warte. Dass... Dass sie diesen Kontrollpunkt auch nicht einfach... in die Base gesetzt haben... Vielleicht ist... Irgendwann noch was Teure, Relevantes, was du dann nicht hin spawnen kannst. Warte, ich... Ich hab das Outfit für den besseren Preis. Der Vigo. Kannst du mal mit Helfen drehen, ich bin nur hier reingestockt. Äh... Wo ist der Verkäufer? Roland, bist du ein Verkäufer? Ne. Ah ne, das war die freche Nude. Das ist genug. Aber das ist alles, was wir haben. Halsin wird sicherlich auch von dir bedanken. Er zurückgekehrt vorhin. Ich glaube, er wird mit Korber. Wie für uns. Keine Armeer auf unseren Hälften. Fantastisch. Wir können endlich rausgehen. Aber vielleicht müssen wir nicht sprechen von Freude. Wir werden heute deinem Kampen befreundet, wenn du dein Haus hast. Ja. Party time. Party time. Ja, hier. So. Hier nehmen sie das. Und... Party time. Party time. Ach ne, das ist Hütte. Party. Was sind das Hütte? Ja. Elf Knochen... Wer hat mir die elf Knochen zugeschoben? Fink. Wie ist das zu... Ey, hey. Ja, dann an. Höna. Ja. Ich bin... also könnt ihr das bevor er es macht bitte vorher als waren markieren das ist dann einfacher für die übersicht weil manchmal muss man dann doch sachen behalten ich kann es dir nicht zuschicken weil das spiel sagt du bist zu schwer ja ich habe auch schon das maximum an geld rausgeholt und ich bin komplett überladen ich bin mal kurz mit dem hund draußen verkäufer nicht mehr die ist glaube ich abgehauen das hat grunde hat er ein handelsding noch er steht auch da noch oder so ist hey damen mit damen macht der schmied ja ich dachte jetzt auch bei den und dann zu mäddemen ja da hier silberglas aus hier das braucht keiner das braucht keiner hat das will keiner die 720 goblin helme hier und in walle ist schon wieder ausverkauft dafür kaufe ich jetzt einfach hier noch mal hier ein paar eros und feier gibt dann gehen wir hin weiter unserem müll also ein gold dann kann ich das hier sortieren bitte nachs typ die ganzen holz gehen an ich habe vielleicht haben die ganzen du kriegst die pfeile warum habe ich ja aloe vera öl ja 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 ich weiß nicht was du meinst ich habe eine wassermelone gefunden warte camp supplies und task will there you go du hast nichts gesehen ok nice einfach mit ner wassermelone gestochen es funktioniert bei task will wahrscheinlich wirklich deshalb ich habe gesagt das l oh hier kann man jetzt Sachen ein eimer und ein ok das silberglas das ist was wert backpack mit dem backpack loot ich mal rein da packe ich jetzt alles an öl in unserem bullshit rein das heißt weiberntoxin äh da 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 den backpack nehme ich auch und da kommen die ganzen potions rein da ist es nicht 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 das potions das ist glaub ich eher offensiv zu nutzen das heißt du kommst äh äh grease bottle grease brei das das Aloe Vera Öl hat keine Funktion hätte ich verkaufen können und das 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 elixier gut ähm sollte ich jetzt schon nach unten gehen und mit den raiden äh wie reich sind wir geht so okay aber schon ein bisschen also ein bisschen was habe ich noch zum verkaufen geben äh 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 ich habe die aus Versehen ins kreuz gegeben äh hannes die müssen wir einmal weitergehen gut dann gehen wir hier äh helsen schmelzen ja ab zu helsen das ist hier unten äh inside check ja beim oxen oh hier ist auch noch ein backpack ah das rucksack hier war auch noch eine wassermelone drin tobi willst du mit dem oxen drehen ja das stimmt haben wir mit dem im grob nicht gemacht in der hab ich das ah du redressierst mich? ein humble ox wie ich aber wir lösen das Geweih frei ne nicht in den oxen was ist weg dieses kreature ist nicht was es scheint zu sein nein nein du bist unvermacht ähm fuchs auskuh oder sonst freust du das bitte hast du gerade einen verbalen Streit mit einem oxen? yes glaub man nicht ich habe dir viel beigebracht ich erzähle dir so viel ich gehe zu Balders Gate mit oder ohne den resten dieser schmerzen so jetzt geht schon mal aufm High God ne das klingt nicht sehr freundlich ja die ja die ich wünsche wir hätten ne Scroll of Banish oder so move move along I mean move 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 mit der Bär über die oh Perfekt was haben wir denn hier drin? nein lass Söhnen vor heise eine Schuhsohle ha 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 da war mein soziale Outfit also das allgastis so viel zu viel scherl wie viel bremden oh ist das eh ich werde nicht mehr zu hören die du mir nicht mehr die 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 aus der right mit den bis die 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 Sie sieht nicht zufrieden aus. Nein. Ich bin nicht böse, was ist denn der Leck los? Ja, das ist alles. Ich würde alles außer die drei nehmen. Ja, ne, irgendwie ist ich, ne, ja. Einen, ne. Ja, nur die zwei, ne, aber ihr nehmt alle ne vier. Ne, 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 ne. Boah, du B-Steps, Alter. Jesus Christ. Willst du dich nicht mal waschen? Also... Haben wir da auch ein Todesdorn und sollen uns umbringen? Ja. Ne, ne. Ey, Kaga. Friede. Äh, ganz kurz mal nach links abbiegen. Jungs. Jungs, komm mal kurz mit. Das ist so, dann geh du mal vor. Wenn nicht haben wir uns versammelt, dann kriegen wir diese Szene nicht mehr. Dann seht ihr die Leiter bei mir. Keiner ist im Singleplayer. Rechts abbiegen, sondern den Berg hoch. Ja, ich befürchte, wir haben es versammelt. Yes. Okay, wir hätten hier Vorhalsensbefreiung hingemusst. Das wäre die perfekte Szene für Helena gewesen. Sehr schade. Was ist ihr denn? Das ist die Badin, normalerweise. Oh. Und eine sehr hübsche Szene, weil man ihr hilft, das Lied mitzuschreiben. Das Badin hat halt... Das waren wahrscheinlich besondere Dialoge, die ich jetzt im Singleplayer auch nicht hatte. Aber da die jetzt bei den anderen Tieflinge vorne steht, ist das jetzt halt, jo. Hol den Hut! Ach, Badin, schmal den sag ich ja. Ja, wir haben halt ne schöne Szene verpasst. Aber dafür kann man es ja mehrmals spielen. Ich hab nen Badenhut bekommen. Wie sieht der aus? Ja. Die haben so... Mein... Gott. Ich hab ne Fedora. Ja, die wollen ja erst am nächsten Tag weiter machen. Diana Jones, ey. Jupp. Dann ab nach unten, für die Belohnung. Und hier oben rechts geht's auch noch weiter, ne? Red ist der Dude, der da hinten sitzt. Hier steht jemand. Hey, wer ist... Wer ist sie? Ihr Läser, um dich zu schützen. Ihr Branche, um deinen Weg zu schützen. Also. Ein Schotter, um dich zu schützen. Was macht denn die Schotten hier? Doch, wer wäre mehr fremd. Äh... Ach hier, man hat auch noch nicht aufgedeckt die Map, klar. Autosave war nicht ich. Ich glaub, man ist ein Bossgegner. Ja, ich... Ich... Schleif mit meiner Fedora nach vorne. All right. Time to skunk about. Everyone else might step past this one, five. Time to press ahead. Time to press ahead. Tretten? Tretten? Ja, tretten. Tretten? Irgendwer wurde entdeckt. Ich spiele später in den Kampf, ich weiß nicht. Äh... Ich glaube auch nicht. Wir beide... Keine Ahnung, aber wir beide sind später zugeschlossen, als die aus Angelt wurden. Let's go. Ja. Okay. Natürlich. Naaahhhhhh. Ich muss sagen... Reissongs... Zau. Reissongs, wenn du die äh... komische Editionen da geholt hast, bin ich ein bisschen knapp. Reissongs. Oh, das will ich jetzt noch wissen. Gibt es eine Bardcore-Variante von Caramalda? Oh, sie sinkt. Oh ja, es gibt... Nein, ich wurde verlockt! Ich auch. Verlockt und zugenert. Sind wir eigentlich alle grad gelert? Ne, Fabi hat... Ja, der nicht. ...dem Charme widerstanden. Und der Bär auch. Und die Katzen. Das ist doch, wo ich ne Fedora aufhabe. Halt, der ist in mir umrund. Au. Au. Die Kampfoca hier ist auch übelst cool, weil die aus dem Theme von hier besteht und... Ja. Ist irgendein Play-Rausseil genossen? Höhne Fleischwunde bei Elena, die schafft das schon. Ah, ich bin hingefallen, mein... Ah, es tut so weh. Bin hingefallen, ich kann nicht aufstehen. Ja. Wow, ey. Nice. Gut, der Crit war wichtig. Das nennt man, glaube ich, frittiertes Hühnchen. Aua. Mal so oft gelungen. Zeit für den Speer. Wenn irgendwer die Olle da wegkauen, die sinkt... Ja, kann ich tun. Haben die anwerfen, die sinkt oder so. Haben sie die Konzentration verloren. Ah, tu. Katze, mach mir auf. Ja. Ich kann leider die Olle nicht angreifen, wenn meine Hylinder da liegt. Das ist doch Hylinder. Ja, es ist mein Knie, weißt du. Die Katze, komm. Die Katze, komm. Was den Hylinder da wegjieten, dass du sie ein... Dankeschön. Schade, wir haben so verfolgt für euch. Was hat die Katze gesilenced? Javi, kannst du auf die einen Feuerball werfen, die sinkt? Ja, ich versuch's. Feuerball! Feuerball! Anhalgewitter! Ja. Und ich hab wieder konzentriert. Ist einfach dabei... in der Show, ja. Aua! Stille! Ich wollt' gar nicht mit dem Bär laufen. Was ist das denn jetzt? Oh nein. Sehr gut, ich dachte, wir haben verloren. Taufe! Scheiße! Helfen Sie mir, ich bin die Gefahr. Hehehe. Rebär ist weg. Rebär. Ich hab' ne Feder im Gesicht... Hehehe. Wie schwer kam jetzt der Fehlschlag bitte? Ich glaub' ich hab' noch einen Roll. Und... Du hast nur einen Roll, dann bist du gesaved, oder zwei dann bist du tot. Mhm. Mhm. Oh, der lief nicht so gut. Hey, na? Ich mach schon. Ich hab' auch hier. Dankeschön. Das war persönlich. Ich zeig' ihm, wie das richtig geht. Hehehe. Wenn ich Inspiration gebe, geb' ich den einen D6 High. Ich knies'. Hast du schon was Besonderes? Ne, einfach nur Polish. Lel. Ähm. Weiß ich, das ist ja immer atmosphärisch ein Soundtrack, das bei das G3, echt alles klasse. So, in dem Gebiet hier läuft einfach das Theme von der Hub im Hintergrund. Es war ein langer Tag. Ich brauche schnell zu resten. Ja, einen Short Rest können wir uns mal reindrücken, ne? Zwei haben wir ja noch. Wir müssen einen Long Rest machen, weil wir müssen eh auch morgen warten. Ja, wir können ja... Deswegen können wir ja kurz einfach sicherheitshalber eine machen. Long Rest für G8 Detail, die nächste Phase. Wovor wir noch bei Bloomberg Red holen wollen, ist ja die Frage. Deshalb. Äh, hier ist ein Jumping-Puzzle. Man muss dazu sagen, wenn man zu selten rastet, dann bekommt man auch ein paar Events nicht. Ja, es ist echt schwer, was zu viel und zu wenig ist. Hm. Jumping. Wuuu. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu wenig. Ey, Kartenboden voll Dreck. So, und hier ist das Habionist. Hui. Let's see what those Harpies were. Oh, 50 Gold. Antidote. Antidote. Ring der sprühenden Farben. Blende bis zu 33 Hörpunkte Kehrtun. Okay. Oh Gott, ich liege jetzt. Ah! Okay. Doch nicht. Ich weiß, es war aber wirklich jetzt. Es war der tiefsten Seele, Tasko. Und nicht geschaut vielleicht. Hat so ein bisschen an hier Maße-Text erinnert. Ja, 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 ja. Hier kann man auch noch mal rüberlassen. Geht so los? Junkpuzzle. Nichts. Gut. Nichts ist auch etwas. Ja, gut, da noch umgehen und dann feiern, wa? Aber wir können ja noch nach unten gehen und die Belohnung abholen, bevor wir feiern. Genau. Ich lass die Harte ohne abhauen. So, ciao, bitches. Das ist gut, ihr Model. Ich gehe nach Baldur's Gate. Ja. Ciao. Ciao. Man sieht sich. Hi, have a great time. Mojas, no what's good. Wie schön leeres, okay. Weißt du, wenn davon gut geschmucken ist, das halt? Ja. Ja, die war verbuddelt. Ich dachte, die kommen in die Großstadt. Nooo. Ich bin auch gut. Ja, so ist keiner schon gehört. Ja, so ist keiner schon gehört, hm. Wem sollt mal Frank für die Bedrohung? Den Raft ist der, der da sitzt. Ja, beim Wolf. Hey, Ra. Hups, auf der Lützchen. Ich war eigentlich nur Ping. Ich hab' schon angesprochen. Danke. Nein. Nein. Danke. Das ist nicht genug. Ich mag Sylvanus dich für alle deine Tage befreien. Ich kann mich nicht vorstellen, dass ein Camp voll von Goblins aufgenommen wurde. Das war ein Sympathus. Hi, Natschi. Wie bin ich. Der Gründer ist bescheiden. Und ich versuchte dir einen Reward. Dann sterbe ich. Lass mich auf deinem Mac zeigen, wo du das Geld findest. Sehr gut, das versteckt. Place it among the pedestals inside our library. When the Wolf close the brightest, everything in the vault below will be yours. Thank you. Warum so lieben? Bizeps. Also, die Druiden machen hier ordentlich, äh, Training, du. Da die müssen wir in der ganze Zeit Hauer vermutlich von irgendwas fernhalten. Das Hornivildschwein hier. Da ist ein Parasiten nebenbei. Du solltest einen näheren Blick nehmen. Bevor dem Geist wollen wir uns den Parasiten klauen. So, ich setz mal hier ein, ne? Wo kommen die hin? Das Dumbledore als Büro? Ja, ich glaube, du hast das Büro. Büro! Eingang! Komm rein, komm raus! Komm raus! Mach mir nichts aus! So! Oh, das ist ein Speer, da geh ich nicht an, das ist fast gut. Und eingesteckt schon an, das ist fast gut. Und eingesteckt schon an, das ist fast gut. Ich mag lange Sperre. So, hier ist Kleidung. Jetzt kannst du schon mal auf Fabian gucken. Ich hab dir Kummer geschenkt, Tobi. So, hier ist Kreuz für Felinda. Du bist Antidote, du kommst da rein. Da rein. Gift kommt da rein. Gift kommt da rein. Und Antidote da rein. Jo, das war's. Wir sind noch Vasen. Gut. Ja, wenn du dich Staub auch noch einsammeln willst. Ja, genau. Da könnte noch das Schwert von Chachachla dran sein. Dann wär ich ganz vorsichtig hier. Boah, ich lange. War das bei euch auch so lecker? Ja, ich hab auch immer, wo ich raus bin. Aber dann ist die Kiste weggeworfen. Und dann ist die Kiste weggeworfen. Und dann bin ich nur Bumm. Oh, wir sind noch sicher. Geht. Und Tablet. Hier ist auch noch ein Raum. Hier sind Fein. Vergiftet. Was versteckt sie da hinten? Ey, sind hier irgendwelche wichtigen Bücher beigebogen? Nein. Alles nur. Hier mal. Leute, ihr habt hier mal dasselbe Buch. Was ist mit euch? Wir sind immer nicht gut zu tätig in der Bibliothek. Ja. Okay, ja, wollen wir jetzt Party machen oder was? Ja, bitte. Okay, Party. Party, Party, Party. Macht mir eine Schwede. Party, 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 Party. Ich mache mir eine Schwede. Oh Gott, der ist Teil, will schon da. Ich gehe nicht mit dem. So Hellenas perfekter Partner. Ja. Wer? Der Vampir. Geh weg! Ich will schon mit Geld sprechen, ciao. Danke. Hä? Immer gern. Oh, ich kann mit dir über einen Zwangs reden. Mit all dieser Merriment, ich war nicht sicher, dass wir eine Chance haben, dieses Abend zu sprechen. Wurde unsere Verbindungen ein bisschen stärker sind, ich könnte sogar mit ihm begeben. Oh, Alter, ich habe mir gerade einen Kopf gegeben, weil ich mich nicht begeben habe. Lass, unser freundlichem Freundschaft hat noch nicht fliegt. Suche Intimität, wir müssen warten. Vielleicht noch eine Nacht. Okay, ich würde gerne mit dem Geld gekauft. Ja, wir haben so wenig mit denen geredet. Ja, Leute. Die Einzige... Also die Einzige, wenn wir eine Sex-Szene sehen wollen, hätte ich schon Möglichkeit, aber ich glaube. Okay, mit. Also ich könnte den Speedrunnen, den 3-Buchstaben-Speedrunnen könnte ich machen. Das reicht doch, wenn du es mit dem Singleplayer machst. Da habe ich es nicht gemacht, weil ich die nicht ausstehen kann. Ja, dann lass uns doch einfach. Wir müssen jetzt auch nicht irgendeine Speedrunnen. Party! Nee, weil Lay's el bei Drachen blütigen sofort sagt, ja, let's go. Ja... Ist halt so. Ich mach hier irgendeine Party! Guck mal, so Rekala steht daneben. Die Zabla einfach hat, der Gesang müsste nicht unbedingt sein, aber... Ich glaube, der meint, Morlour, wir sind cool, dass es da auch für dich geht. Und hat die jetzt auch gehört? Warte, wie ist das, wenn ich jetzt das hier mache? Wie gut das ist. So? So? Perfond. Ich dachte, du wolltest mit den anderen mingeln. Halt, die Bekleidung alle sauer auf uns, können sich rausziehen. Ja, Schatten, jetzt auch übel sessy, Alter. Aber selbst im Singleplayer war das so, weil ich vorher kurz mit Carla geredet habe, wie dir nach übel sessy. Das ist so eine richtige, ey, du musst zuerst mit mir reden, sonst bist du halt blöd. Hab Spaß! Und ich bin so... Ich weiß, ich weiß im Singleplayer, warum auch immer ich hab mir jetzt Date momentan. Hey, Izin, darf ich mal dein Beatset fühlen? Das geht jetzt später erst, die werden sehen sollen, wenn du die jetzt... möchtest. Was? Nein, ich... Ich weiß, auch nur den Spaß. Alter, aber dieser Beatset, einfach dieser Angle von diesem Gespräch, wie einfach sein Gesicht draufgegangen ist. Wir können jetzt mit Witzen machen, weil wir eh keinen von denen über euch reagieren können. Das ist es halt. Ich denk nicht, liebe Zuschauer, wie sauer ist es halt leider, weil der Multiplayer nur so gebaut ist. Wir können nichts dafür. Irgendwann könnt ihr bestimmt... ich gucke, wann er ist. Oder ihr erwartet zehn Jahre, bis der Singleplayer bei mir hochkommt und... Wir können halt in der Gruppe spielen, ich ja... Rund um ein bisschen Wein, Farley. Wer ist das? Derweil trinkt Farbe Wein. Hier, biete ich es ihm doch an. Wichtiges Blumen übrigens. Aber das geht. Mit dir. Nur klar. Ich meine... Kannst du dich erinnern? Nein. Irgendwann lasst du mich nicht behalten. Wo sind die? Bink! Keine Farbe will unbedingt sehen, die Hannes... Ding muss. Ja, ich bin bei ihr. Oh Gott. Ich habe gesehen, die Kithraki-Terrorist... Ich mache euch auch romantische Hintergrundmusik gerade. Oh, okay. Guck mal, selbst sie. Die einfachste... Wendet sich gegen uns. Guck, hätte ich nur das Recht für ein Team bei mir zu liegen. Selbst wenn er selten tut es nicht, ey. Ich finde wirklich ein bisschen chronisch, das ist bei jedem etwas. Aber du hast dich selbst diese Nacht. Ich will mich selbst. Auf. Gut. Also es macht echt einiges aus. Krass. Im Singleplayer... Was steht da hinten noch? Im Singleplayer hatte ich zu dem Zeitpunkt irgendwie zwei, drei, die nett waren. Und der Seel ist halt irgendwie immer vorne. Ich muss knapp eine Zwei- oder eine Heizwürfel, damit das nicht klappt. Das klappt drei, meine ich. Ich finde es doch einfach. Alles putzig. Also das finde ich putzig gemacht. Wir konnten da rumstehen und mitwirfen und so. Außer Asterion, der steht wohl orkward daneben. Das will mich essen. Darf ich nicht? Weird. In Wahrheit. Ich habe immer ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe immer ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe immer den Baldrins-Rekord für die meisten Saurabands tanzt und eine einzige Nacht. Ich habe immer noch ein bisschen Spaß gemacht. Das ist viel mal hintereinander. Zehn Prozent, ein Prozent. Das ist nur 0,01 Prozent. Schau, dass das gerade vier mal hintereinander nicht geklappt hat. Aber wer bin ich? Ich kann nicht zurück in diese Leben. Ich mag übrigens, wie wohl das Instrument pfeifen ist. Wie tanzt Gelder eigentlich? Was geht eigentlich mit ihm ab? Toll. Ich kann jetzt mal wild drücken mit KS machen, weil ich nicht gelevelt habe. Ja komm, mehr als der kann ich ja nicht. Oh, 15. Das glaube ich garantiert. Jawohl, ich habe irgendwas hingekickt. Aber nur derjenige. Was passiert jetzt? Sechs? So, Zuschauer, es war jetzt verendet. So, bis hier bitte. Ich habe eigentlich das Einen rumbekommen. Mit zwei Kusses. Nach allem, heute ist es um dich. Probier, ganz ruhig. Noch eine Zeit für uns. So, wir müssen noch mit einem ganz wichtigen Charakter reden. Habe ich noch mit Tieren sprechen? Jawohl. Wohlo, seit wann? Was ist eigentlich dein Plan? Ich mag diese Leute. Sie wollen mit Tieren reden. Es ist enttäuschend. Ja. Ratz erfreut sich, dass wir alle Party feiern. Ich hoffe, dass ihr etwas gebraucht habt. Warum? Ihr Namen. Ganz klar. Ganz klar. Das Ballad war nur ein kröhnischer Präsent. Ein Kumpelstück ohne seine Kugel. Ihr Nom de Geur. Ein Kumpelstück. Ein Kumpelstück. Aber nicht zu viel. Wir wollen nicht die Gemeinschaft der Gemeinschaft. Ich will diese Geschichte enttäuschen alle. Okay. Ja, ich frage mal ihn. Ich bin mal nett. Far too much? This is the very problem. If you could set aside your many triumphs, carry out one defining act. Ich habe gelesen, in einer Großstadt. Natürlich. Aber das beste ist ein Drogon, ein Giant, ein Gott vielleicht? Hm. Ich muss sich liberieren. Geh! Enjoy your evening. Ich werde für dich arbeiten für die Tage zu kommen. Mhm. Ich habe den Kithrakid gesehen. Es ist ein Schmerz für uns beide, dass du dich so oft auf mich aufhörst. Ja. Einfach auf ihm. Wo bist du? Astarion. Hey. Na, wie geht's? Jetzt haben wir noch die selbe Szene. Also Leute, ihr schaut hier grad zu, wie der Rest der Gruppe jeden einzelnen NPC hier anbaggert. Ich hab... Ich warte... Ich hab... 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 Weil wir zeigen wollen, dass wir uns alle abwenden. Ja gut, gute Nacht. Habt mal Spaß. Enjoy myself. There's a worm in my brain. I'm surrounded by idiots. Ich hab... Ich hab... Ich hab's gut. Wie dieses... Wie dieses Lager... Diese Party hier im Singleplayer. So... Hardcut Singleplayer Aufnahme. Tut das hier. Aber so... Ungemieme. Keiner will was von mir. Also uns. In der Fall. So lustig. Wie es kommt anders in einem anderen Run, ey. Ich hör mir jetzt weinen. It's a heavy, rich, red. Dry. All I want is a little fun. Is that so much to ask? What the fuck. Why, what the fuck. Warum denn? Warum erhigh-dead-ged. Ich werde ihn wegbeleidigt, außer bei ihm hier! Genau. Was mei... Sex. Und nicht mit dir. Sei einfach da. Ich meine... Kannst du es mir vorstellen? Uff... Nein. Auf jeden Fall... Lass mich dich nicht behalten. Schon getrieben hier. Genug Meme. Das möchte uns keiner. Meine, die zum Bett gehen. Ist ja schlimmer als hier mit notgeilen Teenagern. Hä, wir reden doch nur. Was sagt Notgeil? Ja, ihr redet nur, weil ihr dauernd gekorbt werdet. Warum hast du dauernd gekorbt, Tobi? Tobi, du... Ich hab genau das, was du da drüben gemacht hast. Ihr redet nur, weil ihr dauernd gekorbt werdet. Das ist der einzige Grund, dass ihr dauernd redet. Ich hab auch mit... Sie bleiben mit einem gerät, wo ich gekorbt wurde. Er lehnt denn hier ab? Ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich wollte die Melonen auswählen. Kann ich nicht mehr aussuchen. Schade. Er hat keine Melonen fest. Spiel! Es ist doch eh keiner da. Du hast ein paar liebliche Erinnerungen auf deinem Gehrein, zwischen deinen Träumen. Let's go, Tobi. Wenn, rein da. Du weißt, dass er auch einseitig anklicken kann. Mann kriegt Tobi hier. Tobi ist der Menk-Charakter. Die fünf Zustimmungen, weil wir haben ausgereicht... Ja, okay. Hitspielen. Ja, helfen uns nicht mal geworfen. Ja, helfen uns nicht mal geworfen. Ich muss nicht zuhören mit dem Bizeps, ne? Das ist einfach absurd. Diese eine Ader da. Das ist einfach... Du musst da erstmal gut haben. Oh nein, wir müssen doch hören ins Wohnung. Hey. Hey. Ich will in... ...Sitten... ...Stock. Oh, ich mein. Am Blut sehr dunkler. Niedersachsen. Ja. Dann noch tof. Warum ich das getan, wenn jetzt die... Also... Was hier du, du? Jetzt wieder noch hinter dir. Gleich etwas an deinem Hals. Ja. Ich sehe schon ein Niemes kommen, ey. Ich... Hei wild, na? Unter! Es gibt einen Tunnel in der Ruhe und Temperatur des Lunar. Okay, er explodiert auch bald. Das war der Boden, nein, Topf. Wenn wir nicht über den Berg können, dann müssen wir eben hinter. Lasst uns den Weg doch die Wien von Moria nehmen. Hatten wir das Gespräch nicht schon mal? Nein. Ähm. Oh oh. Ähm. I didn't agree to this. Ja. If I just hear in your eye, I could quickly... Oh, dear sweet God. Ich meine, ja. Ich denke, ich kann. Er steckt mir doch irgendeine Karotte ins Auge, wenn du... Er steckt dir seine Karotte ins Auge. Der will dir keinen Kopf geben. Was hat er jetzt bitte gemacht? Nichts, er braucht einen Partner. Schau dir das hier mal an. Äh, also ne, du spießt mir nicht mit leichter Rüstung, oder ne? Doch. Ach, dann sehr gut. Oh. 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 gott ist es hässlich müssen der farbe das ist so der hey look und das ist so der wohnung das was bringt dann habe ich schon den spell farbe aber du kannst eine schriftrolle schreiber jetzt meine ich spare mein geld für wichtige kann alles afk ist mal neue level hast du 100 gold also ich habe selber 100 gold ja ich weiß ich möchte klasse enden so bleibt aber weil die läufer natürlich das so wie es ist hier nichts ändern wobei ich waldläufer hatte jetzt auch mal andere was mir gar nix hier kann ich nicht übrigens badig inspiration once per long west krieg ich einen dazu so ich kann mir jetzt ich hatte jetzt noch die auch hier ja halt hört So, jetzt hier bei Schuhofe was anrufen, ey. Und zwar... Sorry, da bin ich wieder. Haben wir erstmal eben gefixt, ja ist gut schon mit der Zeit. Mal nur gescaredet, also umgescaredet. Gut, aber ja, Folge hat auch schon gut länger erreicht. Ich glaube ich habe einfach die selben Gespräche wie ihr, oder? Ja. Ja. Mit der Schar, ja. Ja, das ist der Dialog-Clan. Deswegen würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.